Ich bin André, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KSTOOS. Ich möchte euch jetzt unseren Reinigungsschleifer für alufelgene Innenflächen vorstellen. Dieser besteht aus einem Grundkörper und einem Reinigungspad, welche mit einem Klettverschluss miteinander verbunden sind. Der Grundkörper wird mit einem Sechskant durch eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber angetrieben. Diese sollten nicht über 1000 Umdrehungen Drehzahl laufen. Der Reinigungspad ist sehr fest und offenporig, sodass wir dadurch eine sehr hohe Standzeit und ein effektives Reinigen der Alufelgen erzielen. Die Anlagefläche bzw. Zentrierfläche der Alufelgen werden durch die besondere Form des Reinigungspads gereinigt, indem ich in den Innenzentrierungen eingreife und mit der Reinigungsfläche des Pads die Anlagefläche der Radbolzen oder Radmuttern reinigen kann. Durch den Einsatz unseres Werkzeugs kann die gereinigte Alufelge wieder fachgerecht und sicher am Fahrzeug montiert werden.